und wir sind wieder da ob er das kräftige so so kurz noch den vollbilden modus so ein machen jung dann können wir loslegen diese wir jetzt ein paar minuten vor 20 minuten eine halbe stunde habe ich den boss geholt jetzt will ich noch mal nachschauen ob ich nicht irgendwo gegenstände mitnehmen kann belohnungen sonstiges und dann mache ich mich auf in die neue ebene so haben wir mal wir wollen ja nichts ungenutzt zurücklassen wir wollen ja nichts ungenutzt zurücklassen wir wollen ja Fangen wir von dort aus an. Das ist die letzte Phase, wahrscheinlich schauen wir mal ob wir noch zu Hause haben, ansonsten die Zeit zu gehen. Was? Nö, nix. Nichts. Pokal. Der Film von der Fee ich mache mal kurz den tschettest schien momentan zu funktionieren jungen wo ist denn ist schlisten nicht hoh 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 Oh, komm. Okay. Gerne, gerne. Wo ist denn der andere Hausbewohner? So, 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 so. Auntie Laura muss ich suchen. Gibt's da noch einen anderen? Hey, 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 hey. Hi. Was sagt sie? Wessen Sohn? Reni? Achso, ja, Mama. Okay, okay, okay. Lass ihn mehr, ja. Ja, das ist kein Problem. Ihr seid alle weg vom Dingens-Mingens. So. Wie ist der? Nö. Wie ist der? Kiste, 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 kiste. Wie ist das? 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 dann glaube ich sind wir fertig mit der stadt oder so eigenes haus war fertig dann dann noch Dööööööööööööööööööb Beides Ja okay dann I don't know Äh Lin Oh, ja. aber zählen könnte ich mal ja fünf bis sieben zwei ersatz ja passt doch das ist wasser schaden schaden gegengift hast du auch dabei ja ich würde mal sagen es passt schon muss man nicht viel storn noch mal schnell durch aber dann muss ich nicht mehr untersteigen junge ist los heftig auch nichts ok, dann holen wir ab nix auch nichts mal schauen, was das Mädchen sagt, wenn sie erfährt, dass er weg geht na, ich mach mich auf dem Weg, aber ok, passt schon weniger Drama war der Kollege, der so gerne isst naja weil ich sie in der Nähe von ok, ha, witzig ein Problem, das sich von selbst gelöst hat schön darf auch mal sein das ist erledigt dann fehlen nur noch die beiden schauen wir mal follow ok, dann sind wir beide fertig, wa? dann schauen wir mal noch, ob ich irgendwie warum sollte ich das flittern wollen? schweben, warum die Option übergegeben ist, wenn du nicht kannst dann gehen wir zum Shop und dann war's das ok ja, ja, dachte ich ja schon, dass ich das nicht verkaufen kann All right, boy. Die Hauen ab. Thank you for your service. Boom, 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 boom. Ah, next step, Alter. Puh. Hier ist so cool. Okay. Ah, okay. Heftig. Okay. Okay, 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 okay. Wo ist hier unser Ausgangspunkt? Ein Gebäude oder so? Ist das ein Tor? Hier wird wahrscheinlich eine Höhle sein. Interesting. Ho. Dann latschen wir mal durch die Gegend. Schauen wir mal, ob wir was finden. Vielleicht. Okay. Ach, hier kann ich auch fischen. Ja, natürlich. Nice. Ja, gut, dann wird es wirklich am Köder liegen. Aber es gibt kein Wasser. Okay. Ist das meine Quest? Bring Wasser zurück zum Dorf. Mhm. Schauen wir mal. Was geht hier? Alter, krass. Ich muss dir echt überlegen, so für die 2000. Also ich glaube, das Game kam 2000 raus oder so. Wie gesagt, so nicht nach 2004, dass ich das damals gespielt habe. Heftig. Ah ja. Old Man River ist wieder da. Ich weiß. Ja, ja, ja. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Very Trent is dried up, water could possibly be revived. Okay. Matataki Jetzt habe ich Lust auf Soshi willkommen. Oh man! Das heißt jetzt, ich soll da ganz nach hinten hin. Okay, also sind die Dinger nicht übergreifend. So, Trees, Straßen und sowas. Ha! Ah, okay, Village-wise, okay. Interessant, interessant. Okay, kein Problem. Ich bin schonmal, nachdem ich euch schieße. Teilig sind alle hier. Ich bin schonmal vom Dr. Kuss. Es muss wohl taste andet werden. Ich bin schonmal. Ich bin schonmal, hier! Ich bin schonmal vom Dr. Kuss. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es hier mit Feuer interessant versendet. Aber ich kann mich natürlich aufdäuschen, ich habe keine Ahnung. Willkommen bei mir. Was ist dein Name? Was bist du? Oh! 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 heißt es ist nicht sicher oder was okay also der letzte hit ist zu viel für ihn okay 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 verstehe kein problem you live and learn Ich brauche mehr Heels-Tuff eigentlich in Zukunft. Ich bin da nicht so gut. Okay. Okay, passt. Plant Master. Schön. Wise Oval Shop. Mustache Key. Was soll das sein? Wow. Wow. Super. Key Shaped, lecker Mustache. Alles klar. Ne, ich habe gar keinen Bock auf dich, ganz ehrlich. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das schon die richtige Waffe sein wird. Ich habe einen bessere habe ich auch nicht. Oh, nice. Na dann würde ich sagen, die Fall wieder ein bisschen pumpen. Pumpen, pumpen, whatever. Ah ja, chillig. Nice. Nein. Okay. Okay. Wir wechseln jetzt lieber. Sandu. Sonnentau soll das wahrscheinlich sagen. Okay. Kann ich was anpflanzen? Passt ja, passt ja. Siehst du, das Spiel ist genau zeitgemäß. Das will ja auch jeder Gärtner werden, ne? Äh. Okay. Ne, das wird's nicht sein, weil das hier hat ja einen anderen Einsatzzweck. Na gut, dann bleibt mir nichts übrig, als rumzulatschen und zu gucken. Dammit. Zu spät, Junge. Mann, das war echt unnötig eigentlich. Was? No money. Okay. Sign. Brauche ich noch was, irgendwas, was Damage macht? Ich hab nichts. Ich hab einfach nichts. Okay. Dann ist das so. Was bist du? Oh. Da ja. Holy, der hat ja ganz schön viel Wow So, Amigo Einmal Zweimal Dammit, das kann doch nicht wahr sein Ich glaube, der geht mit dem Körper nach hinten und verringert die Hitbox damit Das könnte sein Aber gut Close to death Schauen wir mal Seriously, Gu hast du jetzt Was wirst du noch alles haben? Seife Ich habe keine Seife Ja gut, dann Ist das für mich jetzt Mich auf sie verlassen Hinten ich dir nichts Zeigst nicht, wie ich sie machen soll Ich habe keine Seife Ja jo Okay Shiny Stone ist Lichtschaden Heiliger Schaden Ah, okay Eine Tür Äh, ein Tor Ein Schlüssel Oh, Mensch Okay Ähm Ja, dann Hilfts nix Ja, was ist jetzt? Ist es? Warte mal kurz Bleibt jetzt der Zustand die ganze Zeit oder was? Und was noch viel wichtiger ist, ist der Zustand nur auf die Bewegung Oder beeinträchtigt er auch den Eingriff Okay, jetzt nur die Bewegung Ja, ich sehe jetzt keinen anderen Weg Ähm, ja, ich sehe jetzt keinen anderen Weg Ja, es gibt dreionda Weißt du, verdammten ater которые Wir haben Wir haben Walker Die Die J In Die peanuts Die Ed Die Weißt bevor ich sowas machen dann nimmst doch gleich gleich was brauche ich hier ist das das für euch diesen scheinen war das für die neue den hier den morgen oder aber wie cool ja das ist schon gut ist schon mega ist nur gut machen wir erstmal die beste ebene fertig und dann können wir ja weiter gucken die mani habe ich überhaupt okay wir wollen mal versuchen ob wir Gegenstände kriegen oder was anderes als Kohle. Hat mir gar nichts gemacht, Alter. Einfach richtig schlecht. Einfach richtig schlecht. Oh Gott. Schon wieder? Ja, okay, für die nächsten Ebenen. Ja, schon, macht schon Sinn. Passt schon. Braucht mich eigentlich nicht aufdenken. Oder wundern in dem Fall. Boah, boah. Das ist auch nicht spannend. Ja, nee, passt schon. Vor allem mit der Bewegungseinschränkung. Da gibt es gar nichts. Oh, hab ich. Aha. Hä? Was ist das? Ist das alles die Bestandteile von dem Haus, oder was? Ah ja, Tatsache. Natürlich. Ach, nun ja. Und bevor wir da in die extra... dann respawnen ja die ganzen krebs auf den ebene das braucht das ist das überhaupt ich habe gar keine ahnung was das sein soll was könnte das sein pflanzen mix auch nicht könnte alles sein ja Ja, alles für uns oder was? Ja, alles, alles Klarfreude Ab, das war doch Klarfreude Wanns Sie? Duck Wann kommt das? Und Ab und fängt ein Oh, so totally not worth it. Näh. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 14. 15. viel zu wenig, viel zu wenig, nö, 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 seh ich gar nicht ein, aus und raus, ähm, was kannst du so, boah, Eis ist genau das, was ich jetzt nicht brauche, da ist auch nichts dabei, Pflanze ist auch nicht dabei, und da, Stein, eigentlich wäre das echt eine gute Gelegenheit für Toren, dass er sich wieder ein bisschen skillt, vor allem nachdem ich den blöden Dagger auf Level 7 verloren habe, aber er ist geslowt, wie viel Leben hat er denn noch, ja, genau, könnte man schon mal nachdenken, äh, bum 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 bum, rentiert sich eigentlich fast gar nicht, das macht die Waffe irgendwie eher kaputt dabei, okay, dann, schauen wir mal, ich habe, glaube ich, eine andere Feuerwaffe, die setze ich jetzt einfach da ein, genau, acht, ja, die zweitschlechtigste Waffe, dann pushen wir die, Jawohl, einmal, zweimal, und dann noch ein Pflanzenboost. Okay, was würdest du überhaupt brauchen? Ach, vier Möglichkeiten, okay. Why? Habe ich die Waffe nicht ausge... doch, habe ich... Da, ja, das hätte mich jetzt fast vergiftet. Ach, kack drauf, ich habe genug Gifft... Zeugs. Das ist echt schlecht. Also, die Waffe ist wirklich schlecht. Also, wirklich schlecht. Also, das tut schon richtig weh. Schon richtig weh, ist was eben wirklich überhaupt nicht mehr 2240, wow, Bro. ja für was für was levelt man die dann überhaupt auf maxim wahrscheinlich damit sie egal ich mir bis zum max ja es wird sich nicht ist doch 3 auf 30 Guck, ich mach. Guck... Er wird langsam wieder Zeit, hier... ... was aufzubrauchen... ... sonst... hier hast du jetzt gerade nochmal feuer oder drei oder sechs ich weiß es nicht beziehungsweise ich weiß warte mal bessert sich sein status wenn er ins wasser läuft das wäre mal interessant weil theoretisch bist du ja nicht mehr gut er braucht nicht unbedingt heilung aber ich weiß trotzdem wasser brauchst du so oder so ja 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 schade habe ich gar keine gegenstände dafür ja das ist alles so ein bisschen das ist ein amulett noch Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, nice. Ja, ist egal, oder? Attack, holy. Uh, beast and plant. Nice, 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 nice. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe da was noch im Hinterkopf, was ich noch pimpen kann. Schauen wir mal. Wandel. Ah, wie gerufen. Nice, nice. Please, please. Calm, calm. Sit down. Sit down. Big fat. Schade, finde ich das einfach mal anzusetzen. Nice. Ja, so habe ich es mir ungefähr vorgestellt eigentlich anfangs. Aber gut. Besser später als nicht. Nein, fiche und fiche. Jetzt lass mal überlegen, hast du eigentlich irgendwas zum Schmeißen? Waffentechnisch. Äh, das ist ein Glück gleich. Okay. 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 Ich glaube, da kann ich die hier wieder nehmen. Ich glaube, da kann ich nicht mehr hier nehmen. Damn it. Pfff. Okay. 3 gegen Tier. also ich will fast wollen okay genau deswegen genau deswegen genau deswegen also erst mal erst mal also jetzt auf null weil wer weiß was da passiert so und jetzt schauen wir mal bilder ob okay also attack im endeffekt ich will jetzt ganz von den großen aber ich ähm, ja, das war gut. Grease, H, ja, jetzt geht's, oder? Warte, dann doch lieber die zwei. Ha, ja, ist halt so. Ja, alles oder nichts, oder? Ja, ja, das war gut. also im endeffekt hat sich nicht viel grundsätzlich verändert nur dass du quasi dein camp noch mal erhöht hast okay was brauche ich zum bild zum nächsten pflanze drache biest windfeuer dann schmeiß mir gleich ein paar sachen rein wind und feuer da werde ich wahrscheinlich viele kleine buster finden wenn ich sie mit gegenständen töte so Das war's für heute. Das ist auch ein Teil. Zwei Gegner. Direkt reingelaufen. Unnötig. Echt! so. Wundervoll. Was kannst du denn? Dhingeki nichts. Untote Pflanze, Bokali und Pflug... Untote Pflanze und... Wer kann? pflanze benötigt auf jeden fall als element noch wind und feuer feuer bei 0 steht einmal pflanze einmal bist fragezeichen zwei pflanze weil du es eigentlich jetzt primär anwenden oder pflanze feuer pflanze ist gut aber es ist nicht so einseitig ok ja wenn das ist ja aber das brauchst du mal das ist noch gut oder ja das ist dann später auf 60 das hat keine zu großen doch doch ja wahrscheinlich macht der holy oder 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 zum werfen noch mal wieder was zu schmeißen dann gehen wir jetzt noch mal kurz im wasser trinken und dann haben wir sie Die vor euch aus Versehen mal wieder drauf drücken und dann ist die Waffe weg, das muss nicht sein. Im Moment ist sie sogar, ja, sogar zahlen, ja, du brauchst gar nicht reden, die ist einfach stärker als hier, fertig. Ihre Standard war für sektiger, seine Standard war für euch, das ist einfach so schlecht. Mir? Naja. Gut. Jupp, let's go. Wow, 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 wow question das ist jetzt nee das ist das ist der geheimgang bist du das hier okay dachte ich mich schon fast deswegen habe ich auch damit geliefert erst einmal rausgehen und ich muss diese blöde gui kacke endlich mal loswerden jetzt kostet es braucht der seife wo ist die Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Das ist die Höhle, da ist der Baum, das ist quasi das Zentrum, ja, dann kann man es eigentlich hier instellen. Ja, das macht Sinn. 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 ist vielleicht donna eis stil da gibt es nicht alles und dann einiges an den lokalen kann man machen alles einfach alles aber da musste einfach mal richtig dick erhöhen euer wind vor bis zum platz ist schon bei null ja das war das wind magievogel aber egal trotzdem trotzdem auch gar nicht über den ist schon gut ok 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 weit so gut wie sieht es platztechnisch diese holly sachen könnte ich eventuell verkaufen was er mir dafür geben würde ok Okay, 130, 150, 130, 150, 100, okay, das ist cool, das ist wirklich cool, also die sind alle so viel wert, uh 600, okay, ja, ja, das hat aber auch einen dicken, dicken Pusch, okay, 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 und ansonsten, die Steine kriege ich sonst, glaub ich, nur jetzt beim Fischen, oder wie? Ja, jetzt kommt, ähm, 97 hast du, Jahrhundert geht eigentlich voll, das ist wirklich nicht das Problem, das ist wirklich nicht das Problem, also damit sollte man schon arbeiten können, hmm, schauen wir mal, hat er auch Schadensitems, so ganz normale? Zumindest nicht auf den ersten Blick, nun gut, dann wird es Zeit, ach, wir können von da aus direkt dahin, ne, witzig, witzig, ja, okay, geben wir mal ne Sekunde, ich muss mal schauen, das wächst, Zeitmanagement, Ja, schon, soll ich jetzt hier, mir was zu essen, mache, kann ich schon noch ein bisschen spielen, zeitweicht aus, okili dokili, Dann haben wir wieder den Chat offen, wunderbar, und den wollen wir mal Oh, doch, es ist doch spannend, es ist doch spannend, braucht man nichts sagen, ach, ist schon cool, schon cool, So, amigo, ich will jetzt sowas von Deine Waffen pushen In the back to the roots Oder versuchen wir dich auf ein Niveau zu bringen Du bist eigentlich fast fertig, aber du bist auch fast fertig Wir fangen einfach mit dem Schwert an und dann schauen wir mal So weit wie wir kommen So Upsa Schauen wir mal, ok, 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 ok Pflanzefeuer, primär schätze ich mal Der hat Wind drauf, ok Dann wollen wir mal Oh, ich weiß nicht, was du kannst, bro Das ist mein Problem Lief die Wow, 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 falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste Wow, bros Ok, ihr schmeißt euch einfach hin, oder was? Weichen aus, tut er auch Ok, eins gegen eins Ah ja, und ich verdiene nur so ungefähr eins Verfolgtes Ist das irgendein Gift, oder? Dammit Wurr Uuh Wurr Ok Ok, ok, ok Ok, ok Na dann zeigen wir mal deine Attack Patterns er hat eine ganz schön schnelle angriffsgeschwindigkeit muss ich sagen da ist mein schwert schlechter land was dann ist das heute ist ja nicht so weit aber bald wie viel geld habe ich ich wünschte ich wüsste womit ich die platt machen kann also gegen die wirklich anfällig sind aber sowieso eigentlich eine sehr gute waffe wenn du ehrlich bist ja direkt sehr viele bereiche der hatte ein schwer was ist denn los wof 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 ok ah gut schön okay das ist wieder einer von diesen zwergen danke gut 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 Oh, no, 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 no! Nice try. Was zur Hölle? 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 Ich verstehe es nicht. Ist die Hölle ein Endgegner? Oder... Ah, warte, ich hab den Shop von mir auch, ne? Ja, die kennt immer wieder anscheinend. Nun gut. Dann... Klieren wir mal schnell den Floor und dann... Guck mal, dass wir uns... Hoppa! Dass wir uns... ...ins Wasser begeben. Junge. să strach an! Das ist... Klieren wir mal. Klieren wir mal. Und wir hören mal. Außer, wie man aussieht. Dann können wir die Hände haben. Die Hände haben eine Klieren. Und dann können wir die Hände haben. Und das war nicht. Die Hände haben eine Hände hearrenden. Und dann kann ich die Hände. Absicht. Dann kann ich es das nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ah, ich hätte ein Item verwenden sollen. There you go. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020